Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show. Ich sitze heute auf einem wunderschönen Sofa zusammen mit dem Ron. Hi Ron. Hallo Claudia. Kannst du uns ein bisschen was über dieses tolle Sofa sagen? Es gibt unglaublich viel tolle Sachen über dieses Sofa zu sagen, aber das was zuerst genannt werden muss, ist in dem Fall der Preis. 799 Euro kostet dieses unglaublich formschöne Designersofa. Wie fühlt es sich denn an? Also es fühlt sich super bequem und super weich an. Ich würde jetzt fast sagen, das ist Leder, oder? Das ist Leder, genau. Die Sitzflächen und die Rückenlehnen sind komplett aus hochwertigem Echtleder und der gesamte Korpus drumherum ist aus strapazierfähigem Kunstleder. Also es ist ein unglaublich tolles Sofa. Vor allem auch die Farbe mit dem dunkelgrau. Super schick, ja sehr stylisch. Richtig, richtig schick. Lässt sich wunderbar kombinieren. Ich glaube es gibt gar keine Farbe, zu der dunkelgrau nicht passt. Also egal was sie zu Hause für eine Einrichtung haben, in welchen Farbskalen sie sich da bewegen. Das Sofa wird auf jeden Fall reinpassen. Und es passt sogar mit Grau, denn unsere Wände hinten sind grau und selbst da hebt es sich ab und es gibt halt so einen kühlen stylischen Effekt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Okay, was gibt es denn sonst noch Besonderes über das Sofa zu sagen? Es hat eine Novak Van Unterfederung mit Gurten, also sehr klassisch und sehr, sehr robust gebaut. Und dann gibt es natürlich noch einen Clou, der auf jeden Fall hervorzuheben ist. Du sitzt schon ganz richtig da. Fass mal mit der Hand in diese Sofa-Rille rein. Hier in der Seite? Genau, in der Mitte. Da findest du zwei Knöpfe und hokus pokus, jetzt drück mal von da drauf. Genau. Simsalabim, bamba salabü salabim, verwandelt sich das Sofa in ein Relaxer-Sin. Okay. Toll, ne? Die Rückenlehne gleitet nach hinten, das Fußteil kommt nach oben. Diese Kopfstütze lässt sich auch ganz einfach bewegen und individuell anpassen. Ach, das ist ja ein Traum. Cool. Wenn jetzt da, wenn jetzt die Kamera sozusagen der Fernseher wäre, dann würde ich jetzt schön auf Netflix drücken und dann könnte man schön einen Serienmarathon machen. Ein paar Chips hier dazwischen. Genau, die Chips hier hinstellen, echt cool. Das finde ich ja wirklich eine ganz tolle Idee, weil ich meine, normalerweise ist das da drüben ja so der absolute Sahneplatz, weil man da natürlich auch die Beine ausstrecken kann. Immer wieder ein Streitpunkt. Wer darf hier sitzen? Genau, genau. Meistens packe ich dann als Freundin die Füße auf den Schoß meines Freundes. Die muss dann gleichzeitig auch massieren. Aber gut, in dem kann man etwas entgehen. Cool, sehr spannend. Ich fahre das mal wieder zurück. Ja, gerne. Sag mal, ich könnte auch zwischendurch irgendwo mal stoppen, ne? Genau, ist stufenlos verstellbar. Wenn ich jetzt sage, das ist super bequem, kann ich auch so bleiben. Genau. Aber wir fahren es mal zurück. Genau, ich klappe dir mal das Kopfteil wieder um. Hier sind, wie gesagt, alle Kopfteile individuell verstellbar. Also es ist wirklich sehr, sehr toll gemacht. Absolut. Kannst du noch ein bisschen was zu den Maßen sagen, Ron? Genau, die Sitztiefe 55 Zentimeter, Sitzhöhe 46 Zentimeter, Gesamthöhe 76 Zentimeter. Was entscheidender ist, ist hier die Schenkelmaße mit 1,69 Meter auf der Seite und die Gesamtbreite mit 2,65 Meter. Kann ja auch eigentlich easy jemand für ein, zwei Nächte drauf schlafen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Schwiegermutter auf jeden Fall. Ne, auch darüber hinaus, ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, manchmal denken wir an, die Schwiegermutter sollte nicht so lange bleiben. Aber es gibt ja auch sehr nette Schwiegermütter und die können natürlich auch eine Woche hier drauf verweilen. Ich glaube auch. Also auf dem Sofa wird es ein bisschen länger aushalten. Genau. Liebe Zuschauer, dieses tolle Sofa, Lyra, können Sie natürlich im Internet bestellen. Sie können die Hotline von Höfner anrufen oder Sie schauen einfach im Möbelhaus Höfner vorbei. Und Sie können das Sofa anschauen, Sie können es bestellen und dann bei sich zu Hause hinstellen. Übrigens ist es frei positionierbar im Raum, ganz flexibel stellbar, denn hier hinten ist der Rücken auch bezogen mit Leder. Also Sie können es vielleicht auch als Raumtrenner benutzen. Und Ron, sag doch nochmal deine Top-Favorite-Facts. Also meins ist definitiv die Relax-Funktion super toll. Ja, da muss ich wirklich nochmal auf den Preis zurückkommen. 799 Euro sind absolut unschlagbar. Weil dieses Sofa, guckt es euch an, mit all diesen Funktionen, in dieser Verarbeitung, ja, ist phänomenal. Wie du schon gesagt hast, die Relax-Funktion, die eingebaute. Dann die verstellbaren Kopfstützen hier, die es wirklich unglaublich bequem machen. Oft sucht man nach irgendwelchen Kissen oder irgendwas. Hier lässt sich das ganz einfach einstellen. Also das sind wirklich die Vorteile. Und wie gesagt, der Preis. Tolles Produkt, das du uns mitgebracht hast heute. Ron, vielen Dank, dass du da warst. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen in die Lyra verguckt. Wie gesagt, kommen Sie gerne vorbei zu Höfner ins Möbelhaus oder rufen Sie an oder schauen Sie im Internet nach. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Montag ist Montag, es gibt eine neue Ausgabe der Höfi-Show. Und ich freue mich sehr auf Sie. Bis dahin. Tschüss. Wir machen es uns jetzt bequem. Absolut. Ich freue mich sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr gut.